Ich wollte schon immer Chirurg werden, aber... Die Behörden haben mir die Zulassung verweigert. Jetzt bin ich Geschäftsmann. Aber das langweilt mich. Man kauft Dinge und verkauft sie wieder, man macht Geld und gibt es wieder aus. Was ist das für ein Leben? Aber ein Chirurg ist der Herr über das Leben, er hält es in seinen Händen. Deins zum Beispiel. Er ist ein Teil von dir. Er hat eine Beziehung mit dir. Lassen Sie mich gehen, bitte. Du, du willst gehen, wirklich? Dann wirst du dir ganz sicher. Sehr gut. Sehr gut. Und da bist du dir ganz sicher? Ich habe ich mich ge training. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.